so wir starten wieder mit einer weiteren mini sessione minecraft wir machen den zimmer den rest fertig würde ich sagen ja und dann werde ich wahrscheinlich wieder oft ein bisschen weiter arbeiten weil die gänge und so weiter ob man das jetzt im ip sieht oder nicht ich muss erstmal sehen wo wohl überhaupt über landen gibt es ja gar nicht so den aufgang muss ich noch erst mal bestehen lassen weil ich auf jeden fall noch das materialien daraus holen könnten wir dann theoretisch auch jetzt in der session machen und das ist weg und so so und 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 Musik Dann mal auch noch Kohle. Stimmt. So. Ich habe zwar einen gehört, aber ich weiß nicht, wo hier ein Zombie sein soll. Ach ne, jetzt bin ich... Hä, jetzt habe ich schon weggemacht? Okay. Oder ich habe gar nicht so weit gebaut gehabt. Das kann auch sein. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlicher. Wahrscheinlich, wahrscheinlicher. Okay. So, das war fertig soweit. Hier noch also Schippe und Glücksspitz HG. Aber hier war noch nicht... Das ganze Bräu nicht. Ach, da ist der. Ich weiß nicht, warum. Ich kann sowas nicht liegen lassen. Oder nur sehr schwer. So, also... Glücksspitz HG. Schippe. Glück 3. Wie sagt er denn, Glück 3? mach ich einfach durch meine schläge frischheit jetzt müssen wir den entfernen das wird mir sonst zu kritisch ich finde es krass dass die immer noch darauf sparen normalerweise muss es doch ausgeleuchtet sein ja hier naja zoom ich hoffe andere schönheitsmarken sind jetzt nicht weiter dabei so jetzt noch hoch marschieren ich dachte ich habe stufen so hier war ich auch was denn ich das ist ein ordentliches vorkommen hier so ich guck jetzt im kopf noch mal dass einer essen das war der seite da ich keine lust drauf und jetzt mops ankommen danke ok die halbstufen stufen wo seid ihr doch die müssten auch genau vielleicht nämlich auch noch blöcke gleich mal gucken wie es am ende aussieht treppen bei euch auf jeden fall so dann will ich hier oben auf jeden fall noch zöln haben mache ich am land hier auch blöcke da könnte man zumindest beleuchtung aufstellen nein nicht schon wieder das kann einfach nicht wahr sein das kann einfach nicht wahr sein hier wollte ich lampen rein setzen wie viel pech kann man haben wie viel pech bitte oh creeper na gut so 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 ich nehme nochmal zölne mit wo waren die denn da und wieder fünf level verloren so 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 mal ein bisschen aufpassen so Das war's. schon wieder alle, alle? So und 18 Fackeln haben wir jetzt insgesamt gekriegt, ei ei ei, die stellen wir erstmal hier auf. Und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter, ich bedanke mich, bis denn her.